Was ist denn da passiert? Carmen Geiss sorgt mit einem neuen Instagram-Video bei ihren Fans für einen Schock. Der TV-Liebling postet auf Instagram ein neues Video und gibt seinen Followern ein Update zu den neuen Folgen von die Geissens. Doch die Fans zeigen sich besorgt. In diesem Video wirkt deine eine Gesichtshälfte so merkwürdig verzogen, kommentiert eine Userin. Für mich sieht es wie eine Gesichtslähmung aus, findet eine Followerin und ein anderer Fan hat eine schockierende Vermutung. Ich hoffe, dass das kein unerkannter Schlaganfall ist. Die Netzgemeinde ist in großer Sorge um Carmen Geiss. Doch ein Fan hat eine Erklärung für die besorgniserregende Beobachtung. Ich habe auch zuerst an Schlaganfall gedacht, aber so viel ich weiß, haben sie und Robert ja die Augen-OP gemacht. Womöglich handelt es sich also um die Nachwirkungen der Augen-Operation, der sich Carmen und Robert Geiss unterzogen haben. Bisher hat sich Carmen Geiss noch nicht zu der Beobachtung ihrer Follower geäußert. Eines ist jedoch gewiss, Carmen hat eine liebevolle Fangemeinde, die sich um das Wohl des TV-Stars sorgt.